Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich melde mich zurück aus Sochi, aus Russland. Ich freue mich, dass Sie da sind und begrüsse Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 11. November 2024. Heute bin ich ein bisschen früher aufgestanden, kurzer, intensiver Schlaf. Wusste ich nicht zurecht, was ich jetzt machen sollte. Noch mal ins Bett oder aufbleiben, mit einem Tee gemacht, setzte mich ein Büro. Nicht hörbar für alle anderen Familienmitglieder hoffentlich, die da noch tief schlummerten, wie auch die ganze Aussenwelt, traumverloren, sich mir sozusagen präsentierte im Dunkel. Und da habe ich einen CD-Spieler angestellt und Schubert-Sinfonien eingelegt. Und das war grossartig. Es war ein metaphysisches Erlebnis am frühen Morgen. Und dann kommen einem so Gedanken. Bei Tagesanbruch würde man die vielleicht gleich verwerfen als Hirngespinste, als Ausschweifungen der Fantasie. Oder manchmal muss das Hirn ja auch bestimmte Dinge loswerden, wie ein Papierkorb, damit wieder Neues reinkommt. Auf jeden Fall sind wir dann zwei Einsichten gekommen. Die erste, einfach nie moralisieren und glauben, man sei moralisch etwas Besseres als der andere. Man macht es natürlich laufend. Auch ich, der ich doch immer wieder dagegen anpredige, selbstverständlich in meinem Brandreden, hänge ich ja auch den Moralisten raus. Ist ja auch verführerisch. Und vielleicht manchmal sogar richtig. Aber eigentlich ist es eben falsch. Man sollte das nicht tun. Und jetzt kommt eben der zweite Geistesblitz. Denn die Fehler, die man den anderen vorwirft, die hat man ja selber. Schon hundert, ja tausendmal gemacht. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber bei mir ist das so. Manchmal habe ich auch Wutausbrüche. Da kann ich mich fürchterlich aufregen. Und dann konfrontiere ich den anderen und sage, das geht doch nicht. Wie kannst du nur so etwas machen? Das ist doch unglaublich. Und dann hinterher, wenn ich mich wieder beruhigt habe, festzustellen, mein Gott, hast du jetzt überreagiert. Wenn das, was du dem da um die Ohren geschlagen hast, das müsstest du dir ja selber immer wieder einprügeln. Lappi macht auch genug. Du machst ja selber immer wieder die gleichen Fehler. Deshalb ist es eben schon wichtig, immer wieder Verständnis zu zeigen. Und auch die Möglichkeit von Irrtümern, die gilt es immer wieder einzukalkulieren. Das ist eben die menschliche Natur. Und ein ganz grosser Fehler, meine Damen und Herren, den wir jetzt machen, und jetzt auch wieder aus dem Verständnis heraus, ist natürlich der Fehler, dass wir aus der Blase des Wohlstands heraus die Welt betrachten. Wir Schweizer, die heutige Generation, gesegnet, keine Kriege. Schon die Eltern hatten zwei Autos. Farbfernseher, Videogeräte in den 70er Jahren. Wir sind mit dem aufgewachsen. Friedlich. Ja, Wirtschaftskrisen gab es. Aber hat man wirklich davon so viel gemerkt? Natürlich schon, klar, selbstverständlich. Aber im Grunde eine absolut abgefederte, auf Rosen gebettete Existenz, während ganze Weltteile im Elend und im Hunger versanken, eine ganz andere Form der Realitätserfahrung hatten. Ich zuletzt in Russland, im ehemaligen Ostblock, wo sie sozusagen das Wasser von den gefrorenen Leitungen ablecken musste, weil es nicht funktionierte, weil dieser Sozialismus, der ja am Anfang, muss man sagen, unter Stalin, ja, auch Erfolge zeitigen konnte, die Welt beeindruckt hat. Heute weiss man alles besser. Manchmal wieder so viel besser, dass es dann gar nicht mehr stimmt. Aber das ist eine ganz andere Wirklichkeit, die die da hatten. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir eben nicht in diese Dekadenz verfallen, in die wir bereits verfallen sind, dass wir eben aus der Blase des Wohlstands den anderen, den unsere Vorfahren erarbeitet haben, die Welt beurteilen. Das ist eben genau das Thema, das ich jetzt am Anfang in dieser Sendung besprechen möchte. Gerhard Pfister will engere Anbindung an die NATO. Der Mitte-Parteichef, lese ich da in einer Meldung, hat in der NZZ am Sonntag gesagt, aufgrund der Wahl von Trump, müsse die Schweiz enger an die NATO, weil das wirft Sicherheitsbedenken auf. Nun, ich nehme sehr ernst, was Gerhard Pfister sagt. Nicht, weil ich ihn für den unverrückbaren Fels in der Brandung der politischen Landschaft halte. Oder für einen Politiker mit granithartem Wesenskern, der sozusagen auf einer Laserstrahl-Fadengraden-Linie da, durch das Chaos und das Dohuwabohu, durch das politische Getöse und die Geröllhalten da navigiert. Er ist der Slalomläufer schlechthin, aber eine Qualität, und das ist eine herausragende Qualität, die hat Gerhard Pfister neben seiner Intelligenz, seiner Belesenheit und seinem unbezweifelbaren Charme. Er hat natürlich die Fähigkeit, wie ein Seismograph, die öffentlichen Stimmungen hier in sich aufzunehmen und sofort zu einem Programm umzugestalten, von dem man glaubt, er habe nichts anderes in seinem Leben jemals geglaubt. Das ist eine fast schon wieder bewundernswerte Qualität, verstehen Sie mich richtig. Und wenn ein Gerhard Pfister sagt, wir müssen in die NATO, dann laufen bei mir alle Alarmsirenen. Weil das zeigt mir, dass offensichtlich dieser empfindsame Herr Pfister gemerkt hat oder merkt oder glaubt, gemerkt zu haben, dass die Schweizer in die NATO wollen. Und das wäre ein Riesenfeder. Ich kann nur hoffen, dass er sich hier für einmal täuscht. Dass ihn sein Näschen, man könnte auch sagen sein populistisches Gespür, wobei ich den Begriff Populismus nicht verwende, weil da schwingt eben mit Verachtung gegenüber dem Volk. Und in der Demokratie ist das Volk der Chef. Und wenn Sie den Chef verachten, dann haben Sie als Mitarbeiter den falschen Arbeitgeber gewählt. Dann müssten Sie im Grunde auswandern, wenn Sie das Schweizer Volk nicht mehr gern haben. Weil das Schweizer Volk ist der Chef. Und man sollte nie für einen Chef arbeiten, den man nicht schätzt, zumindest nicht respektiert. Nun, es wäre ein Riesenfehler. Und das ist mir in Sochi klar geworden an dieser Valdei-Konferenz. Den Russen ist es ernst, meine Damen und Herren. Für die ist dieser Ukraine-Krieg nicht einfach ein Zäuseln mit dem grössen Wahn, ein exaltiertes aussenpolitisches Abenteuer, um da irgendwelche imperialistischen Phantomschmerzen zu betäuben. Für die Russen geht es da um Sein oder Nichtsein ihres Landes. Sie fühlen sich bedroht von der NATO. Ob wir das so sehen oder nicht, sie sehen es so. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, das so zu sehen, weil die NATO da einfach eingedrungen ist. Und sie sagen, der kollektive Westen will uns kaputt machen, aber das lassen wir nicht zu. Wir sind ein grosses Land und wir wehren uns dagegen. Und hinter Putin, hinter dieser Linie der Politik, steht mit überwiegender Mehrheit die Bevölkerung. Auch ob es uns passt oder nicht. Das ist eine andere Realität. Und die kommen auch aus einer anderen Geschichte als wir. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir mit dieser wohlstandsverwahrlosen Überheblichkeit uns jetzt plötzlich nicht einbilden, dass wir den Russen sagen können, wie sie eigentlich die Situation zu beurteilen haben. Mit ihren 6500 Atomsprengkörpern wären wir nicht mal mehr eine intakte Schlauchblotflotte auf dem Bodensee sozusagen in Uniform an die Front werfen könnten. Und deshalb, und das ist mir eben heute auch durch den Kopf gegangen, müssen wir aufwachen in der Schweiz. Wir sind heute für die Russen ein Feind. Wir stehen für die Russen in der Ziellinie. Sollte es in Europa zu einem grossen Krieg kommen, zu einer Ausweitung, zu einer Eskalation, ich glaube nicht, dass das sehr wahrscheinlich ist. Aber bei solchen Fragen nimmt man auch nicht leichtfertig irgendwelche Wahrscheinlichkeiten in Kauf. Dann müssen wir uns klar machen, dass die Schweiz ohne ihre Neutralität, denn die Russen sagen, wir haben die Neutralität preisgegeben. Ich habe das natürlich abgestritten, ich habe mich für die Schweiz gewährt, aber sie sehen es so. Und sie haben natürlich auch recht, wenn sie das so sehen und so sehen wollen. Aber die Schweiz ist heute Kriegspartei. Sie sitzt für die Russen im Lager der Feinde. Und aus dieser Gefahrenzone, in die uns die Politiker hineinmanövriert haben, müssen wir schleunigst wieder heraus. Und auf keinen Fall dürfen wir jetzt noch in die NATO streben. Denn das würde sozusagen die Nichtneutralität zementieren. Und das wäre auch die falsche Schlussfolgerung aus einer richtigen Diagnose, nämlich die richtige Diagnose, dass die schweizerische Armee nicht mehr verteidigungsfähig ist. Übrigens ein Fehler. Und da muss die SVP ohne jede Überheblichkeit zuerst mal in den Spiegel schauen, den natürlich auch SVP-Bundesräte wie Adolf Vogel und Samuel Schmid mit verursacht haben. Auch wieder aus dem Zeitgeist heraus. Im Glauben, das Beste für die Schweiz zu tun und dabei gar nicht merken, dass man sich im Grunde von den Erfolgs- und Überlebensgrundsätzen und Prinzipien unseres Lebens verabschiedet hat, unseres Landes. Deshalb mit Donald Trump Switzerland first. Wir müssen wieder an unsere Sicherheitsinteressen denken. Zurück mit der Neutralität, aber voll und subito und zweitens stärkt die Schweizer Armee. Und nicht mit immer mehr NATO und Amerika. Und jetzt kann ich mir gleich auch wieder zwei um die Löffel geben. Wer hat denn hier den F-35-Flieger in den höchsten Tönen gelobt und damit die Abhängigkeit von Amerika? Das bin ich. Aber bevor man mir wieder vorwirft, ich sei Anti-Amerikaner, lobe ich jetzt einen. Ed McMullen, heute zweiseitiges Interview in der NZZ. Grossartig. Ed McMullen, ich hoffe, dear Ed, come back to Switzerland. Lieber Ed, komm zurück nach Bern. Wir wollen dich als Botschafter wieder. löst da diesen unseligen Stadthalter der transatlantischen Überheblichkeit den Herrn Miller ab, der in der Schweiz nur ein Loch in einem Donut zieht. Und da ist natürlich Ed McMullen, der Trump-Mann, ein ganz anderes Kaliber, ein Mann von grosser Wasserverdrängung, auch körperlich. Oberste Hubraumklasse. Was sagt der NZZ? Ganz wichtig, ein absolut trostloses Verständnis der Schweizer Neutralität. Ich habe mich zuerst gefragt, redet der da über die NZZ? Nein, er redet über den amerikanischen Botschafter von Biden. Und er hat recht. Und wir Schweizer haben eben auch ein trostloses Verständnis der Neutralität. Und darum ist es meine Aufgabe hier, nicht zu verzweifeln, nicht zu verzagen, sondern die Neutralität hier anzupreisen. Europas Autoindustrie fährt gegen mehrere Wände. Das ist das zweite grosse Thema, das ich aus Sochi mitnehme. Was ist eigentlich die Zukunft der europäischen Wirtschaft? Man hat die Energieversorgung kaputt gemacht, Stichwort Kernkraft, Stichwort günstige Energie aus Russland, einfach die Nabelschnur, die Lebensabter gekappt. Jetzt sind die Kosten natürlich in die Höhe explodiert, die Wirtschaft ist nicht mehr wettbewerbsfähig, man lügt sich in die Tasche, man sagt in weiten Teilen Europas, wir haben kein Problem, wir haben kein Problem. Putin ist das Problem. Nein, diese Politiker sind das Problem. Und sie merken es nicht, also muss man sie freundlich darauf aufmerksam machen. Wenn man in der Krise steht, muss man sich zuerst einmal bewusst machen, dass man selber in der Krise steht und dass man selber dafür verantwortlich ist, dass man in der Krise ist. Das ist immer die grosse Gefahr, das machen die Russen zum Teil auch, geben alle Schuld der NATO. Wo ist denn da die Eigenverantwortung? Das heisst, jetzt müssen wir wieder an sein gemacht. Und wie löst man so ein Problem in der Wirtschaft, wenn es nicht mehr geht? Ganz einfach, zurück zu den liberalen, konservativen Grundsätzen. Wirtschaft entlasten, Bürger entlasten, unsere Gesellschaften sind innovationsfähig, wir sind freier, Russland und China sind nicht so unfrei, wie unsere Medien behaupten, sind auch viel freier geworden. Aber wir haben hier immer noch die Trumpfkarte, die absolute Trumpfkarte unserer anarchischen, liberalistischen, chaotischen Gesellschaft. Und dieses produktive Chaos ist eine unserer grössten Stärken. Darum ist ja das Schlimmste, was wir uns antun können, eine Cancel-Culture. Dieser ganze Unsinn. Übrigens, Trump gewinnt alle sieben Swing States. Alle sieben Swing States! Was haben Ihnen die Zeitungen in den letzten vier Jahren geschrieben? Die einzige Zeitung, das sage ich jetzt ohne jede Ironie, das muss ich einfach mal festgestellt haben, die einzige Zeitung, die im Januar 2021 die Möglichkeit eines Comebacks von Trump im 2024 in Aussicht gestellt hat, damit gerechnet hat, ist die Weltwoche gewesen. Ich, leicht augenzwinkend, aber ich habe gesagt, es ist durchaus möglich, dass der glorreiche Sonnenaufgang im Weissen Haus noch kommt. Warum? Weil Trump ein Geschäftsmann ist. Und er hat doch gemerkt, 2021, ich habe 74 Millionen Wähler. Das ist ein unglaubliches Kapital. Wenn ich jetzt einfach vom Acker schleiche oder sage, ich habe die Wahl verloren, dann verliere ich diesen Asset. Der hat Asset Protection gemacht, wie Sie in der Wirtschaft sagen. Der hat seine Vermögensbestände gepflegt. Und darum ist er natürlich auch mit dieser Wahlfälschungsgeschichte gekommen. Natürlich hat es Wahlfälschungen gegeben, im Versuch. Aber das ist ja so hoch gedröhnt worden von ihm, jenseits der Realität. Und bei uns hat man gedacht, jetzt hat er sie nicht mehr alle. Aber mir wird allmählich klar, was das Kalkül von Trump war. Er hat gesagt, ich kann doch diese Leute jetzt nicht einfach sich in alle Himmelsrichtungen zerstreuen lassen. Ich muss die behalten. Das ist ein Riesenkapital, das ist eine Stärke. Trump hat im Moment seiner Niederlage an die Stärke geglaubt. Vielleicht musste er sich selber einreden, sagen, dass er die Wahlen nicht verloren hat. Sonst hätte er vielleicht die Kraft nicht gewonnen, weiterzumachen. Selbst Hypnose. Mit dem Ziel, wieder ins weisse Haus zu kommen. Und bevor man sich darüber lustig macht, oder wie die Sonntagszeitungen die Apokalypse ausruft, muss man doch versuchen, auch hier Verständnis zu entwickeln. Und unsere Medien verstehen ja von Amerika mehr als von Russland. Und über Amerika haben sie jetzt also unglaublichen Unsinn geschrieben, die letzten vier Jahre. Da können sie etwa ermessen, was sie von der Berichterstattung über Russland halten können. Also meine Damen und Herren, im Zweifel die Weltwoche. Aber natürlich selbstverständlich auch bei uns immer kritisch und mit Skepsis lesen. Das war es von der Schweizer Ausgabe. Ich melde mich gleich zurück mit dem internationalen Programm. Ich freue mich. Bleiben Sie zuversichtlich und einen wunderschönen Start in die neue Woche.